Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit meiner ABC Make-Up Reihe weitermachen. Und zwar habe ich mir den Buchstaben D ausgesucht. D wie Daily Wearable, sprich täglich tragbarer Look. So in der Art. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Ich habe einen Kaffee, natürlich. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mir ein paar Produkte mit D ausgesucht. Und ich bin wirklich gespannt, was nachher dabei rumkommt. Aber ich habe mir gedacht, dass ich jetzt wirklich so einen Alltagslook damit schminken kann. Sprich, wie ich einfach so auch damit auf die Straße gehe, einkaufen gehe, rausgehe, mich mit Leuten treffe. Und genau. Selbstverständlich gibt es dann auch noch nachher eine Verlosung in dem Video. Und ich setze mir erstmal meinen Haarreifen auf. Und das muss sein. So, die Ringe nehme ich erstmal ab. Huch. Das macht durchaus Sinn. Sonst werden die mich nachher nämlich stören, wenn ich was in meinem Gesicht mache. Ich beginne nämlich damit, mein Gesicht zu primen. Da habe ich von Hypoallergenic Bell Defines Beauty den Dermatologist Approved Anti-Redness Primer. Die Verpackung kann auch mittlerweile mal weg. Genau. Das ist einfach so ein grüner Primer, der in so einer Pumpflasche kommt. Und da nehme ich einfach einen Pumphub. Der ist relativ fest, halt wie eine Creme. Und der kommt auf mein Gesicht. So, der Primer sitzt. Und ja, dann kann ich mit der Foundation weitermachen. Da habe ich von Maybelline die Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight Protective Makeup. Das Lightweight Protective Makeup, genau. Mit Lichtschutzfaktor 50, was ja quasi das Dupe ist zu der It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream, habe ich in der Farbe 100 Warm Ivory. Die Tube muss ich immer erstmal etwas schütteln, weil die doch relativ flüssig ist. Kommt hier in so einem Applikator daher. Und dann gebe ich mir da ein bisschen was auf meinen Handrücken. Und man sieht, sie ist leicht flüssig, aber jetzt nicht extrem flüssig. Das funktioniert mit diesem Riesenteil echt viel besser als mit normal großen Schwemmen. Also ich finde es wirklich total super, damit auf jeden Fall die Foundation aufzutragen. Für, ähm, oh Gott, ich sehe echt gerade in der Kamera aus wie eine Leiche. Uiuiui. Ähm, für unter den Augen ist es auch geeignet, weil du ja hier unten diese Spitze hast. Das geht auch ganz gut. Das ist halt für den Concealer gleich dann auch ganz passend. So. Äh, ja. Ne? Ich sehe wirklich aus wie ein Gespenst, aber das kriegen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen ausgeglichen. Oh, wow. Ähm, ist nicht schlimm. Das wirkt in der Kamera jetzt auch tatsächlich deutlich schlimmer als in der Realität. Also da, ähm, reflektiert das Licht gerade auch echt krass. Jetzt in der Realität sieht das alles sehr, sehr passend aus. Wenn ich gerade ins Display schaue. Hammer. Okay, so. Aber ich mag diese Foundation sehr, sehr gerne. So. Äh, ja. Als Concealer verwende ich, äh, den von Dr. Pierre Rico, ähm, den Luminex Pair, das 3 in 1 Augentreatment Antifatigue, also Antimüdigkeit, Smoothing, damit alles etwas weicher aussieht. Ähm, und das korrigiert dir halt die Augenschatten. Das ist dieses wunderschöne, äh, Tübchen. Und das trage ich mir, oben werden Stühle gerückt, okay. Trage ich mir unter den Augen auf. Der ist sehr leicht. Ich habe ein bisschen viel verwendet. Mist. Und der ist halt auch nicht zu hell. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Und den blende ich mir jetzt auch wieder mit dem Schwämmchen ein. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr tolles Produkt. Also sowohl der Schwamm als auch hier der Concealer. Ich verlinke dir natürlich alle Produkte unten in der Infobox. Weil der gibt, ähm, dir so, so, so leichte Leuchtkraft. Der korrigiert ganz dezent auch, ähm, ja, ne? Dass du halt da keine Augenschatten so extrem hast. Aber der sieht trotzdem echt natürlich aus. Und das gefällt mir so gut an dem. Setten werde ich das Ganze ebenfalls mit dem Produkt von Dr. Pierricot. Ja, es ist ein schwieriger Buchstabe. Deswegen ist das, äh, relativ viel davon jetzt drin. Aber das ist das vorletzte Produkt schon. Äh, Bretter Poudre. Das ist ein loses Puder. Und es kommt halt in einem Döschen. Mit einer kleinen Puderquaste. Und dann nehme ich mir Produkt, gebe mir das in den Deckel. Und nehme den Pinsel, den Puderpinsel von BITIC. Klopfe ab. Und sette alles. Loses Puder finde ich super, um unter den Augen zu setten. Oder um allgemein alles zu setten. Irgendwie, mir gefällt es einfach mittlerweile viel, viel besser als das gepresste Puder. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mal wieder ein neues gepresstes Puder ausprobiere. Und, äh, da vielleicht für mich sogar entdecke, dass ich es toll finde. Aber ich bin, ehrlich gesagt, mehr ein Fan von losem Puder. Und da dieses Puder halt auch eine leichte Färbung hat, gleicht es auch so ein bisschen noch die, ähm, zu helle Foundation aus. Das ist dann ein kleiner Helfer. Das Puder hat übrigens auch einen ganz, ganz angenehmen Duft. Das gefällt mir auch ganz gut. Das ist so schön cremig irgendwie, ne? Mir gefällt das Finish, weil das ist, ähm, schon etwas mattierend, aber nicht totmatt. Also es lässt trotzdem noch meiner Haut die Möglichkeit, wirklich wie Haut auszusehen. Und macht aber alles einfach flawless, ne? Also es ebnet und irgendwie gefällt mir das einfach. Also ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Es ist ein tolles Puder. Und wenn ihr so ein Hauttyp wie ich seid, vielleicht auch ein bisschen dunkler, ne? Wird es auf jeden Fall auch passen. Definitiv. So. Ähm, dann, ähm, würde ich einfach mal sagen, zeige ich dir mal, was du in dem Video hier gewinnen kannst. Da habe ich natürlich auch wundervolle Produkte mit D ausgesucht. Was du dafür tun musst, steht unten einfach in der Infobox drin, würde ich sagen, ne? Joa, so mock wie dat. Dann kannst du am Gewinnspiel teilnehmen. Normalerweise geht das so einen Monat bei mir. Genau. Weiter geht die wilde Reise. Und zwar, ähm, ja, mache ich einen Bronzer drauf. Da habe ich von Love und Hatice Schmidt den, ähm, Bronze D-Wand an. Da ist ein D mit drin. Bronzer. Und der wird jetzt aufgetragen. Der ist einfach wundervoll aschig. Da verwende ich den gleichen Pinsel wie eben. Das ist halt super, weil du kannst damit halt sowohl bronzen als auch konturieren. Je nachdem, wie doll du dir das aufträgst. Und das ist einfach sehr, sehr angenehm. Und du kannst machen, was du willst. Der sieht nicht fleckig aus. Und da wir heute einen relativ, ja, alltagstauglichen Look schminken, werde ich auch mit Blush, Bronzer und Highlighter nicht allzu sehr übertreiben, sondern das Ganze relativ dezent halten. Hey, das hätte ich nicht nur Daily, äh, Look nennen können, Daily Wear Look, sondern dezent. Wobei dezent, ich weiß ja nicht, was dabei am Ende jetzt rumkommt. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass es dezent wird. Ja, also mein Gesicht ist jetzt auf jeden Fall aufgewärmt. Und ich finde nicht, dass man jetzt noch in irgendeiner Art und Weise sieht, dass die Foundation vielleicht ein bisschen zu hell gewesen ist im Anfang. Und, ähm, ja, das ist natürlich ein Ultra-Produkt. Wusstest du übrigens, dass man die Lidschattenpalette nach wie vor noch erhalten kann? Ich habe nämlich letztens ein Video damit geschminkt. Und habe dann spaßeshalber mal geschaut, ob ich die verlinken kann. Und man kriegt die tatsächlich noch. Also, halte die Augen offen. Und ich glaube, ich verlinke dir das auch einfach mal unten in der Infobox mit. So als vom Video inspiriert, ne? Man kriegt die noch. Das ist der helle Wahnsinn. Ich war auch etwas überrascht. Also den Bronzer kriegst du leider nicht mehr, aber die Lidschattenpalette. Also den Pinsel mache ich natürlich hier in meinem Pinselreiniger sauber. Denn ich trage nun auch mit diesem Pinsel den Bronzer auf. Ach Quatsch, da habe ich ja schon den Blush. Und zwar von 183 Days Finish Touch Blush. Und den habe ich in der Farbe 010. Touch of Peach ist das. Das ist, der sieht einfach, ich weiß gar nicht wie, aber der sieht witzig aus. So ein Puffel. Und wenn man das halt runterdrückt, dann, also man drückt quasi das Produkt auch damit runter. Und hat hier eigentlich auch so ein Puffelding, womit man das quasi auftragen könnte. Ich persönlich mag es lieber, das mit dem Pinsel aufzutragen. Ja, ne, dann mache ich das doch einfach mal. Für so einen Alltagslook ist dieser Blush auf jeden Fall sehr gut geeignet. Für mich persönlich, also wer jetzt schon diese Reihe etwas mehr verfolgt, hat ja auch mitbekommen, was ich so mag und was ich nicht so gerne mag. Für mich persönlich ist es zu wenig einfach, ne. Das heißt, dieser hier wird tatsächlich in diesem Video aussortiert. Denn ich sehe ihn einfach nicht. Nur so ganz dezent. Ist wirklich nur ein Touch of Peach. Und nicht Peach. Für die Augenbrauen verwende ich ebenfalls von Dr. Pierre Rico den Eyebrow Pencil in der Farbe Hellbraun. Bronfense heißt das, weil das ist ja eine französische Marke. Da hast du auf der einen Seite den Stift, auf der anderen Seite den Spully. Und das ist ein wunder, wunder, wunder voller Stift. Also der malt gut und es passt halt auch von der Farbe sehr gut für mich, ne. Deswegen, den trage ich mir mal auf. Heute Nacht habe ich übrigens so wenig Schlaf bekommen. Um drei Uhr war heftigstes Gewitter und um sechs Uhr auch. Und da könnt ihr euch vorstellen, wer da bei mir auf der Bettkante gesessen hat. Quasi, ne. Also Sammy hatte so eine Angst, so eine Panik richtig. Und da musste ich einfach echt also da sein. Man muss immer aufpassen, dass man halt die Angst ja nicht verstärkt. Indem man halt quasi für die Angst belohnt. Ne, das ist immer ein bisschen schwer. Aber ich denke mir immer, wenn da so ein kleines Häufchen Elend vor meinem Bett sitzt, was zittert wie Espenlaub, das kann ich nicht ignorieren, ne. Der zittert und der hechelt und der fiept und der weiß gar nicht mehr, wohin mit sich. Ich denke mir immer, der hat garantiert mal irgendwann, weil der kommt ja vom Tierschutz. Ich denke, dass der, als er auf der Straße gelebt hat, mal irgendwann was ganz Schlimmes bei Gewitter erlebt hat. Und seitdem halt so eine Panik davor hat. Deswegen, ja. Das tut mir dann immer so leid, ne. Und dann musste ich heute ganz viel trösten. Dementsprechend hatte ich heute aber ungefähr fast gar keinen Schlaf. So, ich bin übrigens dabei, meine Augenbrauen aktuell wachsen zu lassen, also stehen zu lassen, damit die halt auch verdichtet werden. Deswegen, ja, könnte es sein, dass du hier in diesem Bereich und auch hier in der Mitte das ein oder andere Härchen gleich siehst. Stör dich nicht dran, bitte. Ja, so habe ich jetzt meine Augenbrauen gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Ich liebe diese Farbe. Und, ja, es ist einfach anzuwenden. Und dieser Stift, also wenn ich irgendwann mal kein Augenbrauenprodukt mehr habe, dann werde ich mir diesen Stift, exakt diesen Stift nachkaufen, weil der einfach fantastisch ist. Das ist einfach voll meins. Kommen wir nun zu den Augen. Da werde ich erstmal von Dr. Pierre Rico den Lidschattenprimer verwenden. Base oder Base. Nein, das ist einfach ein Smoothing Eyelid Primer. Da mache ich mir einfach ein bisschen was auf meine Augenlider und verteile das mit meinen Fingern. Der fühlt sich auch wirklich sehr sanft an, sehr samtig. Äh, ja, die Lidschattenpalette, die ich verwende, ist von BH Cosmetics natürlich die Desert Oasis Palette. Und ich finde sie wunderschön. Also, ne, theoretisch hätte ich da auch noch Highlighter und sowas mit drin gehabt, aber ich möchte mich heute nur auf die Lidschatten beschränken, denn für Highlighter habe ich auch noch andere. Wobei hier die Highlighter-Farben, die sind auch ein Traum. Also, die sind auch wirklich wunderschön. Also, ne, aber wir bleiben hier auf dieser Seite bei den Lidschatten. Mit der Farbe Sand werde ich zunächst mein komplettes Lid setten. Und diese Palette ist wirklich schön, um halt einen tollen Alltagslook zu schminken, weil die auch wirklich eben solche Farben bietet. Du kannst da auch ein bisschen explodieren, wenn du in dieses Türkis oder in Hot Spring reingehst, also in die etwas bläulichen Farben, ja. Wenn du Schlupflider hast, dann ist so ein abgeschrägter Pinsel auch dein aller, aller bester Freund. Und ich versuche auch, so viel wie möglich mit solchen Pinseln zu arbeiten, weil ich einfach weiß, dass sie mir gut tun. Die Farbe Canyon nehme ich als Lidfaltenfarbe. Und natürlich ziehe ich mir den auch etwas höher, um eben mir ein Lid zu schminken. Also, ja, ein Lid zu schminken, um meine Lidfalte quasi zu heben. Ja, so. Einfach gerade in den Spiegel schauen und dann über dem Wimpernkranz den Pinsel ansetzen und dann quasi auf dem Knochen malen. Sonst würdest du ja wirklich hier unten in deine Lidfalte reingehen. Ich setze mir die aber etwas höher. Das sieht dann immer ein bisschen extremer aus, aber am Ende sieht es gut aus. Mit der Farbe Sand, die wir eben schon genommen haben, um zu setten, verblende ich hier die Kanten, um das wirklich alles so weich wie möglich zu zeichnen und die Übergänge einfach auszusoften. Die Farbe Mineral, das ist so ein rosé-schimmernder Ton, den gebe ich mir auf das komplette bewegliche Lid, ziehe mir den aber ein bisschen höher, weil ich habe ja ein Schlupflid. Das sind butterweiche Töne und den tupfe ich mir einfach komplett auf. Da hast du direkt auch ein Inner Corner Highlight mit dabei. Jetzt habe ich es ein bisschen doof gemacht, ne? Das war grobmotorisch. Denn auch mit solchen Tönen öffnest du wieder dein Auge optisch, damit es einfach größer erscheint und ja, deine Lidfalte halt nicht mehr so pompös. Ich persönlich arbeite unfassbar gerne mit Schimmertönen. Das ist einfach meins, ne? Das mache ich gerne. Das ist einfach... Damit fühle ich mich wohl. Es wird normalerweise davon abgeraten, mit dunklen Farben auf Schlupflidern zu schminken. Ich persönlich mache es aber trotzdem sehr gerne, um dann einfach auch noch so ein paar Kontraste mit reinzubringen. Und deswegen gehen wir jetzt in die Farbe Hard Haze und geben uns die tatsächlich außen im äußeren V auf. Das mache ich hier mit einem ziemlich festgebundenen Blendepinsel und ich gucke mal, ob das funktioniert. Ansonsten muss ich das anfeuchten. Weil das Pigment vielleicht nicht so gut haftet, aber das geht wohl. Ich blende das auch so ein bisschen mit in die Lidfalte, also in die künstliche Lidfalte mit rein. Und hier siehst du den tatsächlichen Unterschied von den beiden Augen. Natürlich, dieses Auge wirkt etwas größer, aber ich finde auch, es wirkt etwas trauriger. Ich mache das gerne, dass ich halt hier außen noch so ein bisschen was aufgebe, um das Auge einfach irgendwie so ein bisschen noch, weiß ich nicht, ne, hübscher aussehen zu lassen. Und natürlich ist so viel Glitzer und Schimmer und Bling Bling jetzt nicht unbedingt für jeden was im Alltag. Ich persönlich, für meinen persönlichen Alltag, sage ich mal, ich sage jetzt nicht Büro-Look, ne, mag Glitzer unfassbar gerne und trage es auch sehr, sehr gerne. Und deswegen ist es jetzt auch hier im Look mit drin. Beziehungsweise eher Schimmer als Glitzer ist das ja, ne. Klar, die Palette hat schon ein bisschen Fallout, deswegen das wische ich hier mal weg, gerade wenn du mit so viel Schimmer und Glitzer und Tüdelü arbeitest. Um das Auge nochmal zusätzlich zu öffnen, verdichte ich hier unten meinen unteren Wimpernkranz und das mache ich hier mit der Farbe Dune. Aber diese dunkle Farbe setze ich mir nur außen hin. Quasi bis zur Pupille. Das ziehe ich auch ein bisschen hoch und blende es halt oben noch ganz vorsichtig mit rein. Denn auch das gibt nochmal so einen kleinen öffnenden Effekt. Den Pinsel mache ich jetzt ein bisschen sauber und gehe dann wieder in Mineral rein. Das ist ja die Farbe von eben. Da. Und gebe mir das als Inner Corner Highlight ein. Einfach, um da nochmal so eine Verbindung zu haben, denn es ist schon eine ziemlich helle Farbe und die möchte ich auch gerne als Innenwinkelfarbe haben. Auch das öffnet wieder das Auge. Ein ganz kleines bisschen blende ich das auch aus an den unteren inneren Wimpernkranz. Aber nur ein bisschen quasi bis zum Anfang des Wimpernkranzes. Nicht zu sehr, weil sonst kannst du dir schnell, vor allem so mit Schimmerfarben, Augenringe schminken. Und das wollen wir nicht. Die Farbe Serenity gebe ich mir als Augenbrauenhighlight. Und auch das hebt wieder die Augenbraue und öffnet das Auge optisch. So, dann verblende ich hier nochmal alles so ein bisschen miteinander. Und fertig ist der Augenlook. Also der Lidschattenlook auf jeden Fall. Ja, wir brauchen nun einen Eyeliner. Es wird normalerweise davon abgeraten, bei Schlupfledern einen Eyeliner zu verwenden. Ich liebe Eyeliner, deswegen verwende ich ihn. Bevor ich einen Eyeliner mache, muss ich aber noch einen Highlighter setzen. Da habe ich von Benefit den Dendalian Twinkle Highlighter in Minigröße. Ich persönlich präferiere diese Mini-Highlighter oder Minigrößen von Benefit, weil so unendlich viel benutzt du nicht, dass du den in 100 Jahren aufbrauchen kannst. Der kommt natürlich hier mit so einem kleinen Pinselchen, das verwende ich nicht. Ich habe da meinen eigenen. Das ist von BH Cosmetics aus dem Rose Quartz Set. Dann gehe ich da rein, klopfe ihn ab, denn sonst ist er wahrscheinlich zu heftig, und trage den auf. Och, da geht doch mehr. Sehr dezent. Jo, ne? Ein eher dezenter Highlighter, aber dafür ist er halt wirklich auch sehr nass und sehr sanft. mit der Haut und den trage ich halt wirklich, wenn wir im Alltag unterwegs sind, beziehungsweise wenn ich im Alltag wirklich einen Highlighter trage und das nicht zu extrem sein soll. So. Dann muss ich eben kurz mal meine Hände etwas sauber machen. Da habe ich ja hier immer mein Tuch liegen. Dann fixieren wir das Ganze mit dem 183 Days bei Trended Up Fix & Summer Glow Finish Spray mit diesem wunderschönen rosa Hasen. So. Nun kommen wir aber zum Eyeliner. Da habe ich hier von Eiko Fett den Eyeliner, wo nicht mehr viel draufsteht, außer hier vorne. Da steht noch Drama. Und ja, ich weiß nicht, was da stand, aber ich trage ihn jetzt auf. Das ist ein wirklich sehr, sehr fetter Eyeliner. Also das ist echt Wahnsinn. Das ist wie ein Edding. Und da muss man wirklich ganz vorsichtig mit arbeiten. Ansonsten sieht es furchtbar aus. Blöd ist dann auch noch, wenn du gerade dabei bist, dir einen Eyeliner zu ziehen, dein Eyeliner aber gerade leider leer geht. Das habe ich irgendwie immer in diesen Schminkvideos. Frag mich nicht. Ich glaube, das liegt an den Lichtern. Aber ich spüre gerade richtig, wie trocken der wird, ne? Ei, ei, ei. Du schaffst das noch. Ein bisschen kannst du noch geben. Naja, da habe ich jetzt ein bisschen gepatzt. Aber dafür, dass mir gerade der Eyeliner leer gegangen ist, sieht es doch noch passabel aus. Als Mascara verwende ich die Look by Bipa Drama Doll Mascara. Die hatte ich von der lieben Alina im Tauschpaket. Ein Export. Oder ein Import. Je nachdem, von welcher Seite man das so schaut. Die hat so ein Gummibürstchen. Und ich finde, die macht einen schönen Schwung auch mit rein. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, also sie ist schön und sie ist einfach alltagstauglich, ne? Das heißt, für diesen Look auf jeden Fall sehr gut geeignet. Ähm, ja. Und ich trage die auch ganz gerne im Alltag. Deswegen bleibt die natürlich. So, dann schau dir das Spektakel mal von Weitem an. Äh, ja, ne? So sieht es dann quasi von normaler Distanz aus. Ich nehme mal den Haarreifen ab. Denn jetzt fehlt nur noch der Lippenstift. Und da habe ich von Urban Decay den Claudies Welt Lippenstift. Nein, also das ist der Urban Decay Faith Metalized Lipstick. Und den habe ich mir einfach nur personalisieren lassen. Und der schaut so aus. Das ist ein wunderschönes Kupfer, würde ich mal so sagen. Und das ist halt metallisch, aber extrem gut haltbar. Boah. Der ist relativ trocken im Auftrag, aber ich finde den im Finish einfach wundervoll. Und der passt jetzt halt auch einfach zum Look, finde ich. Und, ähm, ja, ihr Lieben. Das ist jetzt der fertige Look zum Buchstaben D. Also mein Daily Wear Look, wie ich jetzt auch ganz normal so am Wochenende rumlaufe. Ähm, Freunde besuche, Party, feiere. Ich feiere nicht mehr so viel Party. Ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Ähm, ja. Ein Produkt ist aussortiert. Ein Produkt ist leer gegangen. Ist doch eine ganz gute Bilanz. Was du gewinnen kannst, habe ich dir gezeigt. Und, ähm, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!